This is a ball, a football. Der Fußball durfte natürlich bei der Premierenfeier des Films Der ganz große Traum nicht fehlen. In dem Streifen wird die Frage beantwortet, wie der Fußball im Jahr 1874 nach Deutschland kam. Hauptdarsteller Daniel Brühl spielt den Braunschweiger Lehrer Konrad Koch. Um seine Schüler für die englische Sprache zu begeistern, greift Koch tief in die Trickkiste und holt einen braunen Lederball heraus. Für den Film hat Brühl ein extra Fußballtraining absolviert. Ich habe den Ball noch mal zu Hause ausgepackt und ich musste hauptsächlich hochhalten. Das ist mir auch über 30 Mal in dieser Szene gelungen. Und es wurde, wie ich heute erfahren habe, was weggeschnitten. Das heißt, es war noch länger. Natürlich dreht sich in dem Film viel um Fußball, aber eben nicht alles. Er zeigt, dass er in dieser etwas schwierigen Zeit, in der Disziplin, militärischer Drill und Einsatz fürs Vaterland, auch auf dem Schlachtfeld, noch ganz oben auf der Agenda standen. Wie dieser Ball in der Lage ist, ungerechtfertige Hierarchien und Tabus zu brechen. Auch wenn nicht alles im Film historischen Fakten entspricht, Konrad Koch gilt dennoch als einer der Gründungsväter des deutschen Fußballs. Vielen Dank, weil der hat mir ein schönes Leben ermöglicht. Dabei hatte Lehmann jahrelang versucht, die Grundidee der Spiel zu verhindern. Ich kicke die Ball in den Golf.